Musik Das Motto am Abend des 16. September im Excalibur Hartberg gab vielen Gästen ein paar Rätsel auf. Lautete es doch AirSex Contest. Doch so ziemlich jeder hat schon mal Luftgitarre gespielt, also AirGitar. Und so ähnlich ging es auch bei diesem Event ab. Nur eine Spur heißer. Unsere Moderatorin des heutigen Abends, es wird Zeit, um euch den AirSex Contest näher zu bringen. Und ich selber deshalb Bühne frei für unsere Moderatorin Diana Königsberg. Ich will euch heute hier auf der Bühne sehen. Ich will sehen, wie ihr am liebsten Sexer, Patrick und Kerstin, zu mir auf die Bühne. Ich will euch sehen, hier auf der Bühne bei mir. Tune up. Der Nightlife.at AirSex Contest. Starte deine geilste AirSex Performance. Jetzt. Wow. Wow. Es hat zwei Unterwäsche. Mit ausziehen. Ja. Wow. Ja. Wow. Ja. Wuhu. Clap, 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 clap. Ja. Wuhu. Ja. Wuhu. AirSex Tonight, baby. Ja. Wuhu. Ja. Wuhu. Hoop, 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 hoop. No. Manwels, ja. 20 Sekunden. 20 Sekunden noch. 12, 12, 13, 13, 13, 13. Wuhu. AirSex Tonight, baby. AirSex Tonight, baby. 10 Sekunden noch. 10 Sekunden noch. Roll this manwels. Gotta re-poke in the heart. Nightlife.at AirSex Tonight, du. Super. In der Pause zwischen den beiden Durchgängen war Hardstyle angesagt. So zum Aufwärmen für den folgenden Tag. Denn da stand wieder Armageddon auf dem Programm. Es geht weiter. Oh, so viel Kamera. Hier, soll ich mal? Wir werden anfangen mit Patrick und Kerstin. Patrick und Kerstin bitte zu mir auf die Bühne. Der Nightlife.at AirSex-Contest. Starte deine geilste AirSex-Performance. Jetzt. Starte deine geilste.at AirSex.at 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 AirSex. 1, 2, 3, 4 Noch 20 Sekunden 20 Sekunden Jawohl Noch 10 Sekunden 10 Sekunden Jawohl Manuel Clap, 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 clap Ich habe das gleich erkannt Von hier aus, du bist da drinnen gestanden Du hast Talent, auf jeden Fall Wir machen mal ein paar Fotos für die Presse Die Presse ist immer Wir starten jetzt mal mit der Ich weiß Bescheid, ich weiß Bescheid Wer Platz Nummer 1 Des heutigen Abend Des heutigen Nightlife Air Sex Contest Platz Nummer 1 sind Manuel und Alina Ja, das war für das Shake it, shake it, shake it, shake it Sehr geil Jawohl Gib mir das Ding Für die Fotos bitte Noch mal Fotos machen Fotos machen Stell mich dazu Stell mich dazu So Das war's für heute Abend Ich bin mir sicher Ich sehe euch heute noch Auf der Tanzfläche Und werde auf Vierten Platz Oh, der vierte Der vierte Platz war Manuel Du bist mein Personal Hero Wuhuuhu Wuhuuhu Vielen Dank.